Für alle Besitzer eines Feuerplattengrills gibt es noch den Feuerplattenadapter. Dieser passt auf alle gängigen Feuerplatten bis zu einer Stärke von 15 mm. Einmal festgeschraubt sitzt dieser bombenfest und ermöglicht eine direkte Nähe zum Feuer, was bei vielen anderen Herstellern nicht gegeben ist. Selbstverständlich lässt sich hier auch der große Flammachhalter befestigen.